hallo und herzlich willkommen bei wetter gamble ich bin natürlich auf die jahr ein ticket und heute verspielen aber viel spaß ok und da sind wir das gab das ist mein richtiger concept mein bild noch gar nicht gesehen ich hoffe mal schon weil ich musste gerade jetzt zwei gigabyte runter oder 1,5 ganz schön viel und ist das meiner juh stefan reddog das ist er auch noch einen anderen ach dann war der andere auf facebook der ist jetzt auf google play ist 40 also ich glaube ich hoffe ich glaube gegen den kann sowieso nicht gewinnen da schaut man nur wie oft man da schaut man nur wie oft man das level besiegt und soviel truhen kriegt man also eine starke truhe kriegt man dann level 3 truhe jetzt so 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 ich so Halbeslimmig. Six. Oh, das Stunt ist er. Der erste Down. Alle Down. Okay, Level 6. Neuer Rekord von mir. Okay, das ist gut. Ja. Was ist hier? Nur Nachrichten. Da ist eine Beschwörung, die leuchtet. Da müssen wir rein. Ich dachte gerade, dass Beschwörung war. Hauen wir mal rein. Und? Was kriegen wir? Haben wir schon. Den haben wir schon. Quest. Zwei Stück fertig. Nicht gut. Ich klicke hier gerade so ein bisschen durcheinander. Mal da, mal da. Den haben wir gerade gezogen. Und den hatten wir schon vorher, deswegen können wir jetzt, äh, einen Aufstieg machen. Aufstieg Nummer 1. Gut. Oh, ich habe sehr viele EPS im Vergehen. Ich habe schon meinen ganzen Episch und Legendären auf 40. Jawohl. Kann ich hier vielleicht noch weiter? Ich glaube nicht, weil es steht schon Max Level. Oh, ich könnte ein... Warte mal, das machen wir nicht bei D. Das machen wir bei... Bei welchen von den anderen vier mache ich das? Das ist ein Tank. Das ist ein Krieger. Das ist auch ein Krieger. Und das ist die Magier. Ich glaube, wir nehmen den Tank, damit er ein bisschen mehr aushält. Der Kane. Ne? Befördern. 1, 2, 3, 4 und... Jawohl. Jetzt geht er bis Level 50. Kann ich den Aufstieg auch machen? Ne. So, dann ist Level 50. Das nächste, was ich machen muss, ist auf jeden Fall ein DD. Ich glaube, da würde ich dann auch den Magier lieber nehmen. Die anderen machen es zwar auch gut einen Schaden, aber ich glaube, der Magier macht ein bisschen mehr Schaden. Was steht da, was steht da? Was steht da 50? Oh, der Mantell. Oh, der Mantell. Ich besitze 29 Brotmarken. die bräuchte ich jetzt gerade nicht dafür spiele ich eigentlich auch so wenig dann muss ich dann wirklich jeden tag ein bisschen mehr spielen jetzt geht's los ein schwieriger kampf glaub ich 28 automatik einschalten schnell durchgang der hat sich jetzt richtig reingehauen kopf geht ja das ist glaube ich auch meine quest dass ich einen besiegen muss training herausforder ich überlege jetzt gerade die ganze zeit vielleicht doch besser gewesen wäre dass ich den legendären das level geben hätte naja egal jetzt ist so spät das ist das ist Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. Von denen hat man nicht viel gehört. Nur A. Dann waren sie weg. Okay. Der Nächste. Na, mit einem Schlag weg. Drei Arena-Kämpfe. Eine Quest fertig. Drei, sechs, neun, zwölf, fünfzehn im Dreierschritt. Immer ist einfach noch da herunter. Geht hier ganz schnell. Zumindest wenn alle so schnell sterben wie die ersten beiden. Ah, auch. Oh, da lebt noch einer. Zwei Schläge diesmal. Ich steige gleich auf im Level. Ich bin noch Bronze fünf. Danach bin ich Bronze vier. Noch sechs. Und dann kommen ein bisschen schwerere Gegner. Oh, das wird schwerer jetzt. Hey, dann ist mir lebt noch. und erlebt immer noch das war miteinander genau also umso länger der kampf dauert umso weniger punkte kriegt man weil ich habe gerade nur 18 gekriegt ob vorher war immer ein bisschen mehr egal das wird jetzt schwer der hat auch auf max level das verliere ich das werde ich wahrscheinlich verlieren oder eine 50er von denen ist schon dauer und schreibt ja meine erste star mein erster schaf jetzt der bär hau sie um 40 schnell 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 gleich eine neue liste gekriegt hier wo sind die hin gleich gibt's level up noch 14 punkte also mit dem nächsten kampf ich habe immer mehr wie 14 punkte gekriegt drei kämpfe habe ich noch ich muss gleich mal den orc mit den den tank wechseln bau automatik und alle daumen ok jetzt sehe ich mal den orc mit den tank bau 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 Bronze IV, hab ich geschafft hier, schon lange ich mir später spiele, naja lang, ich glaube Näh, gibt's doch nicht. Stellen sie sich so hin wie sie wollen. Jawoll, alle leben noch beim Gehen. Und noch einen Kampf habe ich, glaube ich, was? Ein Kampf noch. Und der Gegner wird wieder so schwer. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe da wieder jemanden mit Max gesehen. Max Level. Ach ja. War doch nicht so schwer. Boah. Sie ist gestunt. Okay, das ist gut. Aber der Charme von dir war richtig gut. Okay, das war der letzte Kampf. Ich schaue noch mal kurz nach im Hauptbildschirm, ob da irgendwas ist mit dem roten Punkt. Das werde ich dann auch schnell machen. Ansonsten würde ich sagen, das war's. Ein 3 Sterne Kürbis. Das ist gut. Jetzt kann ich 3 Sterne aufleveln. Aber ich habe doch nur 4 Sterne, mit denen ich kämpfe. Hä? Kämpfe? Kampf. Kampf leuchtet. Der ist doch schon. Ich möchte einmal aktualisieren. Immer noch. Was soll ich denn hier noch machen? Ich kann doch hier nichts machen. Okay, der rote Punkt ist Bucky. Keine Ahnung. Gut, dann war's das. Kann man hier nicht noch irgendwas abholen? Nach der Zeit? Ne, ne. Okay. Spiel beenden. Dann sage ich mal, das war's. Ich sage Dankeschön für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao.